Willkommen in meinem Hila-Kanal. Heute kam ich zu Ihnen mit einem Liquor-Baklava-Rezept, das im Mund verstreut ist. Ein unglaublich leckeres Rezept. Es ist wichtig, mein Video am Ende zu überwachen. Ich beginne, mein Hemen-Rezept vorzubereiten. Ein Ei in einem geeigneten Knetbehälter, 1 Wasserglas Flüssigöl und 1 Wasserglas Milch. Die verwendete Wasserbechergröße beträgt 200 Milligramm. Ich fügen Sie 1 Esslöffel Essig bei der Zugabe hinzu. Ich habe Apfelessig benutzt. Sie können auch Traubenessig verwenden. Eber dann eine Tasse Stärke hinzufügen. Nach dem leichten Mischen flüssiger Materialien verwende ich 1 Wasserglas Weizenstärke. Sie können auch Maisstärke verwenden, wenn sie sind. Ich füge die Hälfte an der ersten Stelle der 3 Tassen hinzu, die ich insgesamt benutzt habe. Ich fügen Sie eine Packung Backpulver zum Körper und beginnen Kneten. Ich habe das oberste Tassenmehl verwendet. Es kann je nach Qualität und Marke variieren. Also lasst uns Ihr Mehl von einem weichen Konsistenzteig kneten, indem wir unser Mehl in kontrollierter Weise zu geben. Wenn Sie zum ersten Mal in meinen Kanal kommen, können Sie mir Unterstützung als Abonnent zu meinem Kanal geben. Vergessen wir, den Rington für schöne Rezepte voneinander zu verlassen. Ich fange an, meinen Teig zu kneten, indem ich den nach und nach hinzufügte. Ich fange so an zu kneten. Ihr habt bis zum Knetbehälter gesammelt. Ich schiebe nach dem Backup-Licht in die Mitte. Dann benutze ich eine Glas Antepp-Nüsse darauf. Wenn Sie in Walnuss sind, können Sie in Nüssen verwenden. Sie können den inneren Mörtel nach Ihrem Geschmack verwenden. Ich knete weiterhin die Pistazien, die ich später benutzt habe. Lassen Sie uns weiter kneten, bis es getan ist. Ich bin sehr froh, wenn Sie eine Information über dieses Thema mit mir im Kommentarbereich teilen, wenn Sie eine Erfahrung haben. Ich bin sehr glücklich, wenn Sie verlassen können Sie Blumen, Insekten oder Immoyers in den Kommentaren Abschnitt haben. Ich gehe auf meinen Tisch, nachdem der Teig genug im Knetbehälter ist. Auf diese Weise haben wir einen weichen Teig erhalten. Ich nehme sofort meine Butter bis zu 1 Esslöffel. In der Raumhitze in einem geeigneten Ofenboden. Es ist sehr wichtig, an Gold zu bleiben. Ich bekomme den Teraio in den Teig, den ich sofort vorbereitet habe, nachdem ich genug zum Tablett genommen habe. Und ich komme über alle hinweg. I gleichmäßig verteilt. Ich habe den normalen Ofenboden benutzt. Sie können in der gewünschten Ofenschale kochen. Sie können es in Borkam verwenden, wenn Sie in... Kein Unterschied. Weil der Teig ziemlich weich ist, wird es... Sehr einfach sein, gleichmäßig zu verteilen. Ich empfehlen Ihnen dieses Rezept zu probieren. Sehr einfache, aber sehr leckere Rezept. Sie können es mit Ihren Freunden teilen, die Sie sehen möchten. Ich bin sehr froh, wenn Sie in Kommentare... ...schreiben, wenn Sie das Rezept versucht haben. Ich sage Ihnen von den Tricks, solange ich bin, aber wenn Sie irgendein Fragezeichen... ...teilen, nachdem Sie gesucht haben, gehe ich so bald wie möglich zurück zu Ihnen. Ich beginne sofort nach dem Teig zu schneiden genug. Ich hoffe auf diejenigen, die den Schneidprozess... ...zum ersten Mal schneiden wird ich einen Klick lang. Im Schneidprozess tun wir ein Plus zuerst, dann werde... ...ich weiterhin ein Plus von den Kanten schneiden. Nach dem zweiten Plus mache ich zum ersten Mal den Schneidvorgang wieder. Aus den Kanten teilen. Sie müssen ein Rezept versuchen, das Sie nie gezwungen werden, auch zum ersten Mal. Wie Sie sehen können, gebe ich die Dreiecksform. In dem sich auf diese Weise in die Kanten geschnitten... ...ich ziehe es vor, auf diese Weise zu schneiden, aber ich mache Schneidprozess... ...der keine Weise bemerkt, die Sie wollen. Ich habe den gesamten Schneidprozess gemacht, bevor er... ...auf 200 Grad Backen bis zu 6 und oben Mädchen erhitzt. Wie Sie sehen können, dass ich die Schneidprozess erhitze. Holen wir unsere 3 Tassen Zucker und 2,5 Tassen Wasser in einem geeigneten Topf, um das Fleisch... ...sofort vorzubereiten, wenn wir Pizzeria sind. Dann lass uns in Zuckermehl aussehen, bis... ...Licht in Zucker schmilzt, lass uns wie folgt mischen. Nach dem Rühren bis zur Jeteri, mischen wir den... ...zucker im Körper nach der Einnahme des Delfins zum Oktob. Ich werde 3 bis 4 Tropfen Zitrone fallen, falls Sie später kochen beginnen. Ich fing sofort an zu kochen, nachdem ich... ...die Zitrone gedrückt habe, lasst uns etwa 10 Minuten lang kochen. Nach dem Kochen unserer Dessert, kümmern wir uns um die warme Dessert-Warm. Ich möchte zeigen, die Konsistenz des Kochens. Für 10 Minuten war eine ziemlich schöne... ...Konsistenz, ich sofort meine Süße aus dem Ofen entfernen. Wie Sie sehen können, können Sie mehr in einer rosa Situation sehen. Nach dem Entfernen unseres Süßen aus dem Ofen, lassen Sie uns... ...5 Minuten ruhen und dann unsere Gnade in die Zukunft gießen. Nach dem Ausgießen des Chirbit müssen wir... ...zwei Stunden hören, wenn Sie Zeit am Tag haben. Bevor Sie es viel leckerer machen. Wenn Sie das tun, wird es viel leckerer sein. Sonst kann es nicht die Freude anziehen. Chirbiti mag zuerst zu viel erscheinen, aber... ...ich lasse es ruhen, nachdem ich das böse gieße. Ich höre jetzt zu, wie du fast den ganzen Kuss siehst. In der Vergangenheit kann ich nur 2 Stunden länger ruhen, wenn Sie mehr lecker hören. Ich werde überrascht sein mit der Kokosnuss, oder... ...wenn Sie es mit Nüssen schmücken wollen oder... ...nachdem Sie alles dekorieren, was Sie auf einfache Weise... ...dekorieren können, können Sie sofort einen nehmen und nehmen Sie. Es ist wirklich ein sehr leckeres Rezept, das ich zu früh zeigen möchte. Das Innere des Ufers war ein großes Likör-Baklava. Rezept im Mund verstreut, dass Sie dieses Rezept wollen. Dieses Rezept wird viel leckerer sein, wenn... ...Sie auf eine Nacht warten, können Sie versuchen. Sie können Ihre Gäste mit Ruhe ausprobieren ohne Fragen. Ich möchte es im Namen der Nicht-Beachtung zeigen, dass meine Zeit begrenzt ist, weil es sehr... ...Sie können mehr Rezepte tun, aber Sie können versuchen, dieses... ...Rezept sehr schön für Freunde. Dieses Rezept ist sehr schön. Freunde, dieses Rezept ist sehr schön. Können Sie versuchen, diese Rezepte sehr schön. Dieses Rezept war wirklich sehr lecker, trotz zu... ...viel zu hören, sicherlich empfehlen Sie versuchen. Ich hoffe, ich nähere mich dem Ende meines... ...Rezepts heute. Ich hoffe, ich mochte mein Rezept. Wenn Sie mein Rezept nicht mögen, werden Sie sehr froh sein, es zu versuchen. Werden Sie Abonnent mit Ihrem Wunsch, Ihr nächstes Video zu... ...diskutieren.